und weiter geht es mit dem zweiten teil der dritten teil der rallye reise heute die weltweite rallye meisterschaft wir sind zu gast in spanien oder reisen in spanien und guck uns mal an was es da machbar ist und was wir da noch holen zwei teile abgeschnitten der dritte teil ist der jetzt kommt jetzt an so der erste fängt an mit 6,94 kilometer und ich muss drüber niesen moment so wieder besser ja genau weiter geht es mit spanien auf asphalt und starken regenschauer also das wird es vielleicht einfacher machen so eine wertetreform gewinnt gewinnen sollte durchaus machbar sein so wir wollen wieder punkte holen video das fahrzeug geben kurz zu den anwenden ja event länge gut dann immer mal was so Zack. Äh, B. Ja. Gut, halt. Äh, halt. Wir haben ja genug Kohle noch in der Tasche. So. Zack. Jetzt unser Auto mal ein bisschen umbauen gerade. Das hab ich auch noch nie gehabt, aber. Zack. Und den letzten Teil auch noch eben kurz. Umbauen die Federung. So. Dann gehen wir rein. Es scheint nichts passiert zu sein. Sollte eine gute Wertungsprüfung werden. Ja, dann wollen wir mal noch. Das wird den Sparte ein bisschen besser schlagen als jetzt zum Beispiel in Australien. Letzteren. 5, 4, 3, 2, 1, los. Links 3, 60. So. Rechts 4, nicht steigen. In links 2, durchsenke. In links 1, 80. Rechts 4, überrufe. Rechts 5. In links 4, links 3. In scharf, rechts 80. Rechts 5, nachrufe. Oh, ich verkehrt habe ich das Gefühl. Oh, ich verkehrt habe ich das Gefühl. In links 5. Links 6, 60. Rechts 5, überrufe. 80. Links 6, überrufe. Links 5. In rechts 3. In links 5. In rechts 1, durchsenke. In links 3. Links 4, durchsenke. In rechts 1, überrufe. Links 3, 60. Rechts 6. Links 6. Inkehre rechts. In links 3, 80. Eieieieieieiei. Eieieieieieieieiieieieiei. Das wieder... Das wieder Rieferzeit kosten. Rechts 6, in links 1, lang. Bitte kehre rechts. In links 4, 60. Das ist die Zauber jetzt. Rechts 6, 150, links 4, rechts 6, überwunden, links 5, in rechts 3, in links 5, in rechts 1 durchs Enkel, in links 3, rechts 6, in links 1, lang, offene Kehle rechts, in links 4, 60. Rechts 2, wegschneiden, offene Kehle links, lang, 60. Aber was ist denn heute für? Ja, war mir klar. Da ist vorbei. Der Teil ist geschlürt. Wird es kaum noch aufzuholen sollen. Rechts 4, 60. Ich will immer zu viel einfach. Links 4, überwunden, 80. Rechts 1. In rechts 2. In links 4. Rechts 2, offene Kehle links, lang, 60. Rechts 6, 200. Links 4. Das ist 12 Sekunden Rückschirm mittlerweile. Rechts 6, überwunden, 60. Rechts 6, in links 1, lang, offene Kehle rechts. Rechts 6, in links 4, in rechts 2, macht auf, lang, in links 4, überwunden, links 5, in rechts 3, in links 5, in rechts 1 durchs Enkel. Ich höre mir gerade den Arsch gerettet, wenn ich glaube, ich glaube zumindest. Links 4, durch 6, in rechts 2, überwunden, links 3, 60. Rechts 6. Links 6, in Kehle rechts. In links 3, 80. Links 5. Rechts 5, links 5, rechts 2, nicht schneiden, offene Kehle links, lang, 60. Rechts 6, 100. Rechts 4, rechts schneiden. In offene Kehle links. In rechts 1, lang. In links 6, 60. Bis Ziel. Okay, war zum Arsch. 8, wir haben noch eine Sekunde geholt, aber 8, 6 Sekunden. Gut gemacht, wir sind fertig. Die Streckenzeit wurde bestätigt. Ja, es ist aber trotzdem schlecht. Trotzdem sind wir jetzt so schlecht gewesen. Das ist überhaupt, gefällt mir gar nicht. Das ist, momentan ist irgendwie ein Nährwurm drin. Zweiter sind wir momentan nur. So, Augen 15 Kilometer und 11 Kilometer. Also wir haben zwei sehr lange. Neuer. 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 Let's go. Wir müssen den zweiten Aloud erschaffen. Trotzdem nicht zufrieden. So, nächster Teil. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. In links 2, durchsenke. In links 1, 80. Rechts 4, über Kuppe. Links 3, in rechts 3, lang, mach auf, mach zu. In links 1, 60. Links 5. In links 3, in rechts 1, in rechts 2. In links 1, rechts 2. Wollen wir gucken, was ich jetzt hier einkriegen? In rechts 1, über Kuppe. Links 3, 60. Links 6, über Kuppe. Rechts 4, 80. Oh Gott. Oh Gott. Links 5. In links 3. In rechts 1. In rechts 2. In links 1. Links 6 über Gruppe. Rechts 4 60. In rechts 3 über Gruppe. Entkehre links. Ja, das war mir klar. Oh, fahr doch hoch. In rechts 4 über Gruppe. Diese Abhänge zieh mich gerade ein bisschen an mir. In offener Kehre rechts. In links 4 lang 100. Rechts 6. In links 1 lang. Offener Kehre rechts. In links 4 60. In links 4. In rechts 4. In links 4. In links 3 lang. In rechts 6. Rechts 4. Rechts stein. In offener Kehre links. In rechts 3. Das ist alles eine Aufnahme sehr schnell. Sie drückt die Folge hintereinander. In links 6. In rechts 4 lang. Mach zu. Und Achtung. Links 4. Sofort rechts. 3 über Gruppe. Täuscht. Rechts 6. Überwenden 80. Links 5. Überwenden 60. Rechts 6. Rechts 6. Überwenden 80. Links 5. Überwenden 60. Rechts 6. Das war ich. Und das war der Reifel. Jetzt ist die Felge dran. Kehre links. In rechts 6. Rechts 6. Rechts 6. Rechts 6. Rechts 6. Rechts 6. In offener Kehre links. In rechts 1 lang. Ne. Du darfst nicht alter Wind. Du musst gar nicht weit hinten landen. Rechts 4. In links 1 durch 6. In links 3. In links 3. In links 5. In links 5. Lang 80. Scharf links. In rechts 3. Regienzis sabia. In rechts 4. In links 4. Das gewinnt ja wieder. In links 5. Ich würde ja nur mehr Zeit noch Gloe Solo Después ziehen. Rechts 5. Links 5. Links 5. 660. Links 5. 660. Agh, gib mir doch 20 Sekunden direkt, oder wa. Nach links 4. in links 5. flessende ries fatur意et zu sam Wy. Gefällt mir überhaupt nöái ¿eh? Langsam zum Marsch. Okay, nicht schlecht. Lass uns bei der nächsten Wertungsprüfung noch einen Zahn zulegen. Ja, würde ich ja gerne, aber... Der will ja gar nichts. Momentan lässt er ja ganz Vierter momentan. Oh Gott. Fahre ich mir eine Scheiße zusammen, ey. Wir sind sogar noch zwei Plätze abgespielt. Das ist natürlich alles andere als super. Man, 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 man. Ja, gefällt mir überhaupt nicht. Ich glaube, auf der Strecke ist ein Unfall passiert. Pass auf. Okay. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Links sechs, gut. Rechts eins, durch Säcke. In links vier, sechzig. Links fünf. Welcher nur, okay, vier hängen wir ab? Links fünf. Rechts zwei, rechts schneiden, offene Kehre, links, landen, sechzig. Rechts sechs, achzig. Links sechs, sechzig. Rechts fünf, überwenden, achzig. Links sechs, überwenden, sechzig. Rechts drei. Links sechs. In rechts vier, durch Säcke, sechzig. Links vier, durch Säcke. In rechts halb, überpuppe, links drei, achzig. Kein Kommentar gerade. Es ist gerade echt die Hölle, was wir hier vorhin, was wir hier zusammenfahren. In links zwei, in links eins. Rechts drei. In rechts fünf, sechzig. Rechts vier. In links fünf, lang, macht zu, drei. In rechts vier, sechzig. Links vier, überpuppe, achzig. Rechts eins. In rechts zwei. Aber der will auch in diese Dings. Der Brems an, oder der rutscht quasi voll auf der Bremse in die Dings rein. Rechts fünf, links fünf. Links drei, überpuppe, in rechts vier, durch Säcke. In links drei, lang, macht auf. In rechts sechs. Links sechs, sechzig. Rechts fünf, überwenden, achzig. Links sechs, überwenden. Rechts sechs. In links vier, wenden. In rechts drei. In links fünf. Links sechs, in rechts vier, dann macht zu. Und Achtung, links vier. Sofort rechts drei, überpuppe, enttäuscht. In rechts drei. Kehre links. In rechts sechs. Links sechs. Links fünf. In rechts drei. In links fünf. In rechts eins durch Säcke. In links drei. Links vier, überpuppe, achzig. Rechts eins. In rechts zwei. In links vier. Rechts zwei, nicht schneiden. Offenbekehre links, lang, sechzig. Rechts sechs, hundert. Rechts drei. Ich glaube, jetzt ist ein vorsichtiger Faden hier. Links sechs. In rechts vier, durch Säcke. Sechzig. Links vier, durch Säcke. In rechts halb, überpuppe. Links drei, sechzig. Links sechs, sechzig. Rechts fünf, überwenden, achzig. Links sechs, überwenden. Rechts sechs, überwenden, achzig. Links fünf, überwenden, sechzig. Rechts sechs. Links sechs. In rechts vier, dann macht zu. Und Achtung, links vier. Sofort rechts drei, überpuppe, enttäuscht. In rechts drei. Kehre links. In rechts sechs. Links sechs. Links fünf. In rechts drei. In links fünf, in rechts eins durch Säcke. In links drei. Links fünf, in rechts drei. In links fünf, in rechts eins durch Säcke. In links drei, sechzig. Links 5, lang. In rechts 1. Sofort 90 Grad rechts. In links 6. In links 4, runter. In rechts 3, runter. Gefahr voraus. Pass auf, inkehre, links. Einfach weil ich strahlt immer gut. In rechts 4, runter. In offene Kehre, rechts. In links 4, lang. 80. Links 3, überpuppe. In rechts 4, durchsenke. In links 3, lang. Macht auf. In rechts 6, runter. Links 4. Rechts 6, überpuppe. Rechts 4, nicht schneiden. In links 2, durchsenke. In links 1, 80. Rechts 4, überpuppe. Rechts 6. Links 6, inkehre, rechts. In links 3, 60. In rechts 1, kuppe. In links 2. In links 1. Rechts 3. In rechts 5, 60. Links 3, überpuppe. In rechts 4, durchsenke. In links 3, lang. Macht auf. In rechts 6. Bis zielen. Alles klar, langsam für den Marschall. Es war ein hartes Rennen. Es war eine hartere Wertzugsprüfung, auf jeden Fall. Also hartes. Eine harte Rennie. Definitiv. Wir sind noch nicht der Erste. Alles in allem ein solides Rennen. Vielleicht geht es ja noch besser. Muss. Das muss auf jeden Fall um einiges besser werden. Aber, naja. Man kann sich immer mal ein bisschen verbessern. Dann haben wir nämlich ein bisschen Druck. Wir sind wieder nur auf P2 momentan. Also das muss auf jeden Fall in den letzten Teilen nochmal ein bisschen besser werden. Das gefällt mir gerade gar nicht, was wir da auf Abarbeiten. Wir haben noch nicht einmal P1 geholt. Und es fehlt halt, wie gesagt, die... Ja gut, es werden uns noch kommen. Jetzt kommen die längsten Wertungsprüfungen mit 15,8 Kilometer. Also, wir haben ein bisschen zu tun. Auf geht's. So.